Benisch Architekten ist ein weltweit agierendes Architekturbüro mit einem breiten Leistungsspektrum. Das Architekturbüro Benisch Architekten bearbeitet sowohl für öffentliche, als auch für private Auftraggeber Projekte in allen Bereichen von Schulen und Universitäten über Wohnbauten, Verwaltungsgebäude, Museen und Konzerthallen bis zu Sportanlagen und Schwimmbädern, Geschichte. Das Stuttgarter Büro Benisch Architekten wurde 1989 von Stefan Benisch gegründet, ursprünglich als Zweigbüro von Benisch und im Partner, dem Büro von Günther Benisch. 1991, zwei Jahre nach der Gründung, wurde das Büro unabhängig und begann, Projekte nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland zu realisieren. 1999 wurde ein weiteres Büro in Los Angeles, Kalifornien, gegründet, das zum Jahresende 2011 geschlossen wurde. Stattdessen ist das 2007 in Boston, Massachusetts gegründete Büro für Projekte in Nordamerika zuständig. 2009 kam ein weiteres Büro in München hinzu. Seit 2005 firmiert das Büro als Benisch Architekten. Vorher verwendete Namen spiegelten die jeweiligen Partnerschaften wieder, zum Beispiel Benisch, Benisch und Emp Partner. Geleitet wird das Büro von Stefan Benisch gemeinsam mit den jeweiligen Partnern vor Ort, Robert Matuno Blätt in Boston, Robert Hösle in München und Stefan Rappold in Stuttgart. Zusammen beschäftigen die drei Büros gut 90 Mitarbeiter. Werke, Benisch Architekten arbeiten zurzeit an einer Reihe von Projekten in Deutschland und im Ausland. Darunter die Firmenzentrale von Unilever Deutschland und der Wohnturm Marco Polo Tower in der Hamburger Hafencity. Das Meeresmuseum Ozeaneum Stralsund, der Wohnbaukomplex Baden-Karree in Karlsruhe, das Nationalcenter Fortumer Diseases in Heidelberg, Havats Alston Campus in Boston, drei Forschungsgebäude Digiteo Labs im Großraum Paris, eine Konzerthalle in Wenzpilz, Lettland, der INSPI Held Campus in Malmö, Schweden und der Wohnturm Brooklyn Arts Tower in New York, der zusammen mit Studio MDA realisiert wird. Projekte 1990 Neubau Neubaumuseum für Kommunikation Frankfurt 1992 bis 97 Landesgirokasse am Bollwerk Stuttgart 1993 bis 97 Verwaltungsgebäude für die Deutsche Rentenversicherung Nord in Lübeck-Bunte Kuh 1994 bis 96 Barische Vereinsbank Stuttgart 1994 bis 96 Katholisches St. Benno-Gymnasium Dresden 1994 bis 98 Institut für Forst- und Naturwissenschaften Wageningen 1997 bis 2001 Lothar Günther Buchheim Museum Bernried am Starnberger See 1997 bis 2002 Verwaltungsgebäude der Nord-LB am Friedrichswahl, Hannover 1998 bis 99 Sport- und Freizeit Bad Grönauer Welle, Leipzig 1998 bis 2002 Technologiegebäude der Universität Ilmenau-Ilmenau 2003 in Torrey Home, Edlingern 2004 Genzymes Center, Cambridge, Massachusetts 2000-11 WIPO, World Intellectual Property Organization, Genf, Schweiz 2001 bis 04 Pistorius Schule, Herbrechtingen 2001 bis 05 Terence Donnelly Center for Cellular and Biomolecular Research Klinikum der University of Toronto, Kanada 2002 bis 08 Ozeaneum Stralsund, Stralsund 2003 bis 07 Therme Bad Aibling, Bad Aibling 2004 bis 07 Hilde Domin Schule, Herrenberg 2004 bis 07 Werner von Linde Halle, München 2004 bis 09 Bürogebäude für die Kommune Die Ravenna Büro- und Laborgebäude für die ARPA Ravenna Italien 2005 bis 08 Koffmer Residenz Sebastopol 2005 bis 08 3 Villen Katschegai Almaty, Kasachstan 2000-508 419 Deming Place, Chicago, Illinois 2006 bis 07 Erweiterung des Römerbads in Bad Kleinkirchheim, Österreich 2006 bis 09 French Lofts Residential Complex, Los Angeles, Kalifornien 2006 bis 09 Digiteo Labs, Saclay, Frankreich zusammen mit BRS Architects 2006 Havertz Alston Science Complex, Boston 2006 bis 14 River Park, Pittsburgh, Pittsburgh, Philadelphia zusammen mit GIL Architects und Architects Alliance 2007 bis 08 Raiardenshaus, Venice, Kalifornien 2007 bis 09 Mill Street Lofts Residential Complex, Los Angeles, Kalifornien 2007 bis 09 Marco Polo Tower, Hamburg 2007 bis 09 Unilever Deutschland, Hamburg 2007 bis 09 Nationales Zentrum für Tumorerkrankungen, Heidelberg 2008 bis 09 Park Street Laborgebäude, Yale, Newhaven Hospital, Newhaven 2008 bis 11 Konzerthalle Wenzpilz, Lettland 2009 bis 09 Park Street Laborgebäude, Yale, Newhaven Hospital, 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 Newhaven